Also ne, das geht gar nicht. Dass wir hier mit Abstand so Gottesdienst feiern, wie wir das sonst immer an Heiligabend tun, das klappt dieses Jahr nicht. Aber ich hab da eine Idee. Aber hier, hier ist genug Platz und viel frische Luft. Und darum, darum feiern wir unseren Gottesdienst am Heiligen Abend hier auf dem Platz vom FC. Mit vertrauten Liedern und weihnachtlicher Stimmung. Um 17 Uhr geht's los. Und wir feiern hier unter dem Sternenzelt, so wie damals in Bethlehem. Wir feiern unter Beachtung der 2G-Regel, damit wir uns alle sicher fühlen können. Darum denkt bitte an eure Impfnachweise. Zieht euch warm an und feiert mit uns ein besonderes Weihnachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017